Hallo und Willkommen zurück zu Saints Row 4. Ja, und ich habe mir überlegt, weil es doch einigen oder ein paar gefällt, fangen wir erstmal mit der Dubstep-Kanone an. Und holen uns ein bisschen Energie. So, wow. Da schießt einer auf uns, also nehmen wir den Schänder. Na, wer schießt hier auf mich? Ihr Schweinepriester. Weg mit dir. Und erstmal die Nüsse rausreißen. Hm, es hocht noch. Komm, lass dich schänden, mein Kleiner. Oh, 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 yeah. Oh, 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 yeah. Der ist geflogen. Sehr schön. Oh, yeah. Geht ein Nickbruch. Doch nicht. Der Schender macht ja schon fast One-Hit Aber nur fast Hä, wo ist der Herz Sehr schön Oh Das fand ich gewollt Oh Gott, ich hab so kurze Finger So Ah, kacke, verdippt So Na, das soll Toller Anfang für eine Folge Wo man stirbt Ja, wie verdippt Ich hab so kurze Finger So, was war das hier? Ich weiß es nicht mehr Danke, jetzt bin ich über meine eigenen Füße gefallen Virus-Infektion Äh, nö Was haben wir denn an? Hubmenü an Aufträgen Neben Quests Machen wir heute mal eine Nebenquest-Folge Äh, Nebenaufgaben der Anordnung des Präsidentens Verübe ein Attack auf den Feindseling Pro Machen wir das mal Geh zum Ziel Okay Geh zur Position und warte drauf, dass das Ziel Oh, shit Oh, shit Scheint Boah, Schweingart Sprungverkettung Deutsche Spracke Schwere Spracke Sind nicht sehr gut So Haben wir hier gerade noch eine Datensammlung in der Nähe? Yo, da drüben Ja 35 Komm schon Ah, da ist ja auch noch mal eine Wird mitgenommen Oh, oh Und Lauf hoch, mein Kleiner Ah, das war jetzt verkackt Wie immer So Sehr schön Upsala So Weiter geht's Und Und weil wir es können Hm, ja Der junge Herr hier sieht so ein bisschen Leider nicht Straßenraub Wo? Wo? Alter Tanzt für mich Danke War ein schöner Tanz, den ihr gemacht habt Ihr habt schön eure Booty's geshakt Und Darauf stehen ja die Zuschauer Nun Oh Was? Ja, Sprintanzeige Ja, ja Oh, oh, oh Na Mano Dem wollte ich nicht den Kopf abreißen Das ist ein bisschen Ja Au Und Hit In your face Schänder Ach, geschissen Wir müssen uns jetzt hier Sprint Kommt schon Mal ein bisschen Unruhe gestiftet Lalalala Wie gemütlich laufen Und jetzt dürfen wir uns brennen Die Ausdauer ist wieder aufgefüllt 200 Meter Warte auf die Zielperson Vernichte sie Okay, schaffen wir das mit einem Headshot Von der Entfernung aus Sieht nicht so aus So Das war nur ein Köder Shit So Ne, ist noch nicht hinüber Okay Dann schänden wir dich einfach I really need to take out some aggression Ha, geht auch nicht hier No more Und Boom Komm Nimm meinen Schwengel in die Hand Und da ist der goldene Schnatz Komm her Und Boom Boom Dankeschön Ups Okay Schaffen wir Oh Rusty Needle Probieren wir mal mit Hacken Wir sind gerade am Leben Mission So Äh, äh, äh So Äh, ne Und Ich Hack Geschafft Und was bekommen wir hier? Türe öffnen Tätowier Studios Tätowier Studios Tätowier Studios ermöglichen es dir, deinen Spieler zu verändern Dankeschön Dankeschön Kor Code Brennan Bihuotan Er Kopf Kopp Proben Es ist Bounty Nee, 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 Halbs, nee, äh, hä, ah, da, Hosen, Schwarz, ach, im Nacken, Spiderbite, Teddy, oh, Diamant, Puzzle, oh, Sexy, Lissi, äh, Lizard, Nautischer Stern, Feuer des Saints, äh, Fleur des Saints, Mann in der Sonne, vier Schädel, what the hell, Flash ist auch nicht besser, Schwert, nee, Hals auf jeden Fall nicht, Oberkörper, äh, ganzer Rücken, Frieden von innen, Flower Power, sexy, Third Street Ritter, nee, 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 Rust, weit geöffnet, oh, der Samurai sah geil aus, Ehre des Samurais, oh, ja, das nehmen wir, Kaufen, haben wir noch was für die Arme, ganzer rechter Arm, ein bisschen von allem, Tribal, nee, 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 Girly, sieht auch nicht schlecht aus, Street Saints, nee, Schützer, oh, auf jeden Fall, so, übernehmen, das sehen wir zwar aktuell nicht, aber, das sehen wir bald, machen wir noch eine Kostümssitzung in der nächsten Folge, würde ich mal behaupten, oder nächste Folge, mal gucken, weil, wir müssen ja noch ein paar Planet Zins und so, wenn du die markierten Feinde tötest, das war knapp, das war sehr knapp, das war knapp, das war sehr knapp, so, na, lad nach, lad nach, Unruhehärte gelöst, sehr schön, Ziel erreicht, weiß noch, irgendwo ein goldener Schnaz, Spiele im Verkehr, Spiele im Verkehr, Spiele im Verkehr, und diese Simulation ist der gleiche Weg, Okay! Oh, komm her! Kleine goldene Schnatz! Komm her! Booyah Shaka Jo, hat er Fouler Hund Ist es, Fouler Hund Komm, Kleiner Sehr schön Ich höre eine Datensammlung Ich höre eine Datensammlung So Oh oh, oh oh Sind wir nicht auf Nein, natürlich nicht auf der richtigen Uferseite Sondern auf der falschen Sehr nett von dir, Liebesspiel Haha 39. Wuhu Weiter geht's Und Nummer 40 So Keine Ausdauer Super Spiele im Verkehr Da bin ich mal gespannt, was das heißen wird Spielen wir im Verkehr Oder ist der Verkehr das Spiel Fragen über Fragen Ah, wir werden es ja bestimmt gleich rausfinden Ich brauche unbedingt ein Welches Level sind wir denn eigentlich Zu Luke Level 10, sehr schön Upgrades Gefähigkeiten Ausdauer Damit Die Länge des Ausdauerbalkens wird erheblich vergrößert Oh yeah Große Dinge sind immer gut Weiter geht's Wollen wir jetzt noch ein paar Datensammlung, oder? Werde ich dran kommen So Ups Hä Okay Durch die Decke Sehr schön So Wir sind durch die Decke gegangen Sehr schön Wir können einfach alles in Saints Row 4 So Weiter geht's So Durch die verlängerte Ausdauerleiste Ne Verhungern wir nicht, sondern können länger rennen Auch Wände hochklettern können wir länger So wie es aussieht Fliegen genauso Also Die längere Leiste Bringt doch einiges Oh, ein Bonbon 90 von 100 Oh yeah All hail the president Datensammlung Hüpp Hmm Äh Dipp 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 Boah Der Kerl hat mich eingeengt Deswegen kriegt er einen Headshot Headshot Äh So Headshot Wow Da sind noch welche Wo denn Bitteschön Ich würde gerne Ach, da ist noch einer Zwei sogar So Vier von 32 Gelöst Sehr schön So Dann Gehen wir mal In das Mission Rechte Maustaste Link Maustaste Puppenflug Wirf dich selbst vor Autos Objekte oder Gebäude Um Das zu schaffen Okay Ja Oh Oh Au Du wirst in deinem Bundesbereich Getroffen Du bekommst die Zusätzliche Bla Ach Komm, steh auf Und Rickdoll Na toll Komm schon Toll Wenn man jetzt mal ein Auto braucht Ist kein Star Oh Das war meine Rippe Äh, meine Boah, Leute Kommt schon Überfahrt mich doch Einfach Bitte Na, super Super Ja, macht es nur Ja, es wird auf jeden Fall Wir tun, kleiner Mann Wow Rickdoll Ja, Mann Komm Will keiner zu fahren So Ja, hoffe ich auch Aber Fehr Ja, 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 ja Oh Komm Jetzt kommt kein Auto mehr Das ist doch zu Cut What the Fuck Geil Komm schon Weiter Weiter Ah, Mann Rektor Komm schon Komm schon Weiter Ja, guck, warum hat er mich jetzt nicht überfahren Verdammte Axt Jetzt will ich schon einmal überfahren werden Oh Äh, weil es Spaß macht Warum denn sonst Ja, komm Da schaffen wir auf jeden Fall 600.000 Punkt der Mark, oder? Wow Ja, das war wirklich die Miere Oh Yeah Das ist hart Weh Oh Nein Nicht in Verkehr geflogen Shit So Dann nehmen wir mal Anlauf Und Rickdoll Sehr sogar Komm Sehr schön Komm, da kommt noch einer Sehr schön Das hat Kinsey nie gesagt Dass es wehtun Also nicht wehtun wird Würde ich mal behaupten Komm Weiter Ich will noch ein Auto Treffen Keine Ahnung Oh Das ist lecker Oh Shit Äh, Kiki Äh, Kiki Kacke Nicht Kiki Und Voll reingesprungen Ja, ja Ja, du verhungerst Ich weiß Interessiert mich nicht Ich muss hier Ein paar Punkte kriegen Ja, ich fülle es doch schon aus Komm Brezel dich Brezel dich Komm Dreh dich Weiter Ja, Mann Schön ins Auto gefallen Mir doch egal Wenn du zu spät Zu deinem Appointment Kommst The hospital Is somewhere I belong Not to me Hey Wie immer die Nieren Arme Komm Schau Ich wollte jetzt Fliegende Auto Ja, ich finde die Schlag Du mich auch Keine Ahnung Habe ich dir vorhin schon gesagt Ich glaube, das war die Kniescheibe, die er gebrochen hat So, jetzt nehmen wir noch ein bisschen Anlauf Oh Autsch Äh, weil es Spaß macht Also mir und den Zuschauern vielleicht sogar schon Äh, leck mich Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit Nur noch eine Minute Oh, das ist das weh, das ist das weh Äh, nee Ich stehe nicht so auf Männer Oh Dang it Ups Du mich auch Komm schon Komm schon Ja, Mann 100.000 Und Wir schaffen das Und Doing Voll mit dem Kopf Wie die Frontscheibe So Bronze Ach du Scheiße Gerade mal Bronze Krass Nein, ich fick dich nicht, Junge Das Ich stehe nicht auf Männer Au So Bronze Betrug Geschafft Ich weiß zwar nicht, was Betrug damit zu tun hat Aber hey Eingabe sofort war 1,7 Millionen für Gold Gut, das müssen wir dann Auf jeden Fall Probieren nochmal So Level 10,5 Sehr schön Eingabe zum Fortfahren Ich glaube uns tuten die Nieren weh Ein bisschen So Äh Muss ich gerade mal gucken Ha Schließe den Hotspot Anordnung des Präsidenten Okay Entführung des Autos Den Daten Störe das System Machen Ja, komm Machen wir Eine etwas längere Folge heute Okay Wenn Kinsey das sagt Machen wir das Wir sind ja auch selber zu blöd Um zu wissen Wieso, weshalb, warum Deswegen Wenn Kinsey das sagt Wird Kinsey recht haben Wollte ich jetzt mal behaupten Frauen haben doch immer recht Was ist denn da unten? Ein Fragezeichen? Ah ne Da kommen wir nicht hin Okay Äh Dann rennen wir mal I'm fucking cares about you Nicht I am your president That's why I care about you So, du kommst her Und ihr fliegt weg Nusshacker Äh Ja, das war ein Nussknacker Definitiv Können wir denn hier Und wir Ja, sehr schön Ohne dass wir getroffen werden Jo Ihr schafft Ohne getroffen zu werden Äh Ne Geht nicht Okay Nimm mal meine Meine geliebte Knifze Ach, da steht ja noch einer Zerrannt So, wo sind denn noch welche? Ach, da oben Okay Hol mal uns Mach mal glatt Oh yeah Vor allem wenn wir den mit Kopfschüssen Umnieten, ne? Tut Man sollte halt auch treffen Bei den Kopfschüssen Ey, renn doch nicht weg Kleiner Mann Ich töte dich eh Hey Hey Deaktivieren Komm schon Gabel tiefer Drüber Dankeschön So, dann gehen wir mal Auf Feuer Ja Und F2 Für Telekinese Hier Hier fangen Wow Cheat, 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 cheat Mal geschwinkt kurz Leben Regenerieren Bitte Viertel und 40 Verpiss dich Nee, aber ich nehm's auf So So Ist tot Oh Dich nehmen wir und schließen Schießen wir gegen einen Golagan Oh Weg mit dir Oh Der hat jetzt aber schnell den Geist aufgegeben Zweimal drauf geschossen und schon wurde es So Dann deaktivieren wir mal Das Steuerungsgerät Mit ein paar gezielten Ninja Schlägen Oh yeah Mal wieder ein Hotspot gekniert Wir sind einfach die Besten Gehe zum Ziel So Aber wir brauchen jetzt F1 Und zwar Die hier Ja Kacke Doof Egal So Und es ist wieder unser Bezirk Die Saints Haben hier die Macht Nö Also Oh Kacke Na ja Halt's mal So Na Kleiner Mann Ihr werdet eh alle sterben An einem Kopfschuss von mir Er bewegt dich doch nicht Komm her Arschloch Ihr werdet doch eh sterben Ich kann nicht weiter runter Gucken So Jo Mach ich Bestimmt nicht So Weck mich hier So Sehr schön Oh Wir müssen noch zum Ziel Ganz vergessen Äh Ja Ziel 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 Und In 450 Metern So So Auch noch ein bisschen Geld Komm her Mit einem Kopf Jägen Die Mauer Sehr schön Sprich Deutsch Oder gar nicht Junge Oh Toll Da wollte ich jetzt Nicht hin Ich wollte hier hin Klaue das Fahrzeug Okay Mach mal Aber Ich garantiere nicht dafür Dass ich es im Heil Zurückbringe Äh F Okay 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 Wow Da 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 Toll Ich hab ja gesagt Von wegen Heil zurückbringen Und so Ich garantiere Für nichts Vor allem nicht Fürs Heil Zurückbringen Die Die Buschi da Äh So Dann steigen wir mal hoch Äh Ja Okay 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 Kamera 200 Meter Müssen wir nach da drüben Okay Ich möchte jetzt Landen Äh Wie lande ich Ich würde trotzdem gerne wissen Wie man landet So Ah Steuerung ist runter Okay Bringe Zielfahrzeug zurück Geschafft Virus Eingesammelt Das war doch kein Virus Fahrzeug Chrome Void Freigeschalten Störe das System So Okay 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 Können wir jetzt Als Fahrzeug Den Gleiter holen Telefon Fahrzeug Oh yeah Geil Flugmodus wechseln Okay 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 Oh Damit können wir dann auch Gemütlich Ding Zerstören Alien Fahrzeuge Zurück 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 Können wir auch Eine Wood War No Können wir nicht Okay Ich muss mal ein bisschen Mit der Steuerung Klarkommen So Nitro Nitro hat es immer noch nicht Okay Okay Und Aussteigen Ha Oh Auch Auch die beste Möglichkeit Fahrzeug abzustellen Oder Was meint ihr Da Schauen wir mal Was uns hier Erwartet Ufo Ufo Vandalismus Okay Okay Umschalten Flugsteig Steuerung Flugmodus wechseln Okay 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 Langsam Hoffentlich Hoffentlich Ein Finger Dafür Hoffentlich Sehr schön Sehr schön Flugmodus Wow Wow Ich bin nicht so gut Im Fliechen Sehr schön Oh Da ist er noch Oh Da Ich schieße nicht so Auf mich Jungs Ich habe euch noch nichts Getan Noch nicht Dufe Ziniac Äh Bestimmt Und wenn nicht Mach ich's Äh Äh Schützer Jungs Jetzt mal ganz ruhig Hier Verstückt mal Wir werden euch Alle töten Levelaufstieg Okay 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 Da daneben Boahse Und haben noch 30 Sekunden Zeit Geht I like that button I like that button So sehr schön Einer lebt noch Jetzt nicht mehr Oh Das ist doch eine schöne Therapie Aggressionsabbau Warst du schon Okay Ufo Vandalismus Geschafft Eingabe zum Fortfahren Bronze Silber Weiter Wargeld 3500 Plus 100% Boni Eingabe zum Fortfahren Level 11 1375 Eingabe zum Fortfahren Das Alien Ufo Steht nun In deiner Gateway Garage Zur Verfügung Ufo Vandalismus In der Simulation Sind nun schwierige Ufo Vandalismen Aktivitäten Verfügbar Siehe regelmäßig In deiner Karte Nach Äh Machen wir doch eh nicht So Schauen wir jetzt noch mehr Aufträge Anordnung des Präsidenten Triff dich mit Keith auf dem Schiff Okay Ich treffe hier doch gerne Mit Keith auf dem Schiff You know This all really takes me back You wanna do some more Come by Eija klar Ich komm vorbei Keithy Oh Ich sollte glaub hier nicht Seien So Latschen wir mal hier lang Oh Datensammlung Datensammlung Mehr Datensammlung Mehr Upgrades Wow Das war jetzt keine Absicht Triff dich mit Keith Auf dem Schiff Immer noch Okay Aber Erstmal Oh Komm schon Holen wir uns den goldenen Schnatz Boah ist der schnell Will er mir jetzt verkackeiern Okay Es geht nicht Komm schon Komm schon Äh doch Ich bin dazu Enabled Siehst du Weg mit dir Äh da lang 1,3 Kilometer Schaffen wir Ah da fort Holen wir uns eine Datensammlung Datensammlung For the win Naja Die holen wir uns nicht Vandalismus Tödlicher Vandalismus Äh Äh So Dankeschön So Ich glaube mit Q kriegen wir dann auch die ganzen unterirdischen Sachen Oder halt die wo unterhalb liegen Dann bekommen wir super gekicktes Fahrzeug So super gekickt habe ich das nun auch wieder nicht Oh Gott oh Gott Lauf schneller Und hoch geht Okay ich glaube wir nehmen einen ganz kleinen Umweg Oh Oh War ein guter Weg Haben wir noch eine Datensammlung gekriegt So Datensammlung Geht die nicht mit Geht nicht zum Aufladen Okay Neckbreaker Ja So hat es sich angehört So Gateway verlassen Äh Simulation verlassen Back to Mr. Keith So Wo ist Keith Dieser Schatzi Ah da ist der Vizepräsident Sprich mit dem Vizepräsidenten We've all had enough of Zinyaks shit Do this And you can set your own terms in this fight I need every advantage I can get Sprint Unbegrenzt sprinten Unbegrenzt sprinten Erhalten Sehr schön So Gehen wir mal mit Kinsey Das ist eine Sex doll Neue Aufgaben Äh die Simulation erkennen Kennen wir schon Simulation Anweisung Geist in der Maschine Das machen wir dann als nächstes Aber zuerst gehen wir zurück in die Simulation Simulation Weil ich möchte die Diese Folge mit einer kleinen Netten Ding beenden Image as designed Möchte ich hier rein Und dann schauen wir gleich mal So Wir sind in der Welt Und Wie schon der Anfang Machen wir das Ende Mit Dobstep Okay Aufladen Fertig Ups So Ach komm Holen wir uns noch einen goldenen Schnatz Der müsste ja hier in der Nähe sein Theoretisch Jep da ist er So Komm her Oh doch Und zwar jetzt So Und Dann würde ich sagen Mit einem Blick auf mich Mit der Upstep Kanone Vielen Dank Fürs Zuschauen Und Bis zum nächsten Mal Bei Saints Row 4 Ciao 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 Vielen Dank.